Bisschen eng hier, nicht? Ja, die passen auch nur Erdmännchen rein. Wird schon gerne. Hallöchen! Ja, Hallöchen. Wir sind das Ehepaar Flönn. Aus Nippel! Ja, und wir bewerben uns jetzt beim Kinderfernsehen als Jan und Henry. Richtig. So, also hast du Text gelernt, Opie? Ja, ja, klar, ist ja nicht so viel. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Wir führen das jetzt mal vor. Uah! Jetzt bin ich aber rechtschaffend müde. Ach, und ich erst mal. Auf ins Bettchen, Opilei. Ja, na dann. Alle Zähne rausgemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Bimmelim. Puh! Hm? 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 Opi? Opi? Opi! Was ist denn? Hast du das Geräusch gehört? Nee, welches Geräusch? Ich höre es nämlich auch nicht. Ich höre lang nichts mehr. Ich habe das Hörgerät ausgemacht. Ja, dann können wir ins Bettchen gehen. Gute Nacht, lieber Opi. Ob wir die Rolle jetzt wohl haben? Opi, der Zapper läuft ja wieder raus. Ach nee, Opi. Lass mich schlafen. Omee, lass mich schlafen. Ach, der Zapperfaden, du kleckerst die ganze Höhle voll. Das ist schrecklich, bitte, Mann. Opi, du sitzt auf meiner Brust. Jetzt lass das mal. Oh, Herr im Himmel, hol mich jetzt zu dir, bitte. Ach. Nein. Alles. Ich weiß, ob je gut langsam schlafen. �